Herzlich Willkommen, neues Tutorial von mir, Sinan Kurtulos, Cincinnati Records. Heute habe ich mir überlegt, ein Tutorial über Bassdrum und Kickdrums zu machen. Und zwar geht es darum, naja, man kennt das, man hat einen Track und dann eigentlich das letzte, was noch fehlt, ist die richtige Kickdrum, die einfach genau da reinpasst und man durchsucht seine ganzen Sample Libraries, was man alles so hat, aber irgendwie weiß ich nicht, also zumindest war es öfters bei mir der Fall, dass ich das Gefühl hatte, ja, das klingt alles schon ganz okay, aber die genau richtige Kick, die war einfach nie dabei. So, und dann habe ich mir damals dann angefangen zu fragen, woran liegt das? Warum ist dann meine Kick, also die Kicks, die ich verwende? Warum sind die nicht ganz so cool? Und ja, was macht man dann? Man guckt erst mal bei Tracks, wenn man weiß, okay, die Kick fand man cool und analysiert die. Deswegen habe ich jetzt erst mal hier so einen Pattern aufgebaut oder hier so ein Projekt geöffnet, die Kickdrum-Analyse. Da können wir uns jetzt frequenzmäßig mal anschauen, wie so bestimmte Kickdrums halt klingen. Ich habe jetzt hier mal die Prider Reeperbahn Kickdrum. Natürlich schauen wir uns das jetzt an, im Prinzip schon fertig gemastert, weil ich ja die fertigen Tracks habe, aber grundsätzlich bleibt es ja trotzdem ungefähr gleich von den Frequenzen. Wenn wir mal hier gucken. Was macht der denn hier? So, das ist die Prider Reeperbahn Kickdrum. Prider, jeder kennt ihn, Eric Pretz. Und wir sehen, ja, das Ganze ist sehr, sehr linear. Da gibt es jetzt, da gibt es keine irgendwie Ausschläge bei bestimmten Frequenzen. Der höchste Energieanteil ist, ich mache hier mal auf Freeze. Der höchste Energieanteil ist unten bei 50 Hertz und wird dann immer weniger. Wir sehen halt wirklich, hier gibt es einen Peak. Also hier ist es wirklich am höchsten. Wir schauen uns mal die Kickdrum von Sami Sarri, The Punch an. Ähnliches Bild. Hier haben wir zwar eine kleine Lücke, aber grundsätzlich linear. Und hier haben wir halt den, den Peak. Dann haben wir noch die Spencer & Hills So Dance Kickdrum. Da haben wir es ganz extrem. Gehen. Da sehen wir, es geht hier so langsam runter. Und bei 50 Hertz ist wirklich der totale Ausschlag. Also, das heißt, man hat jetzt, wenn ich jetzt ein paar Kickdrums mal gehört habe, wo ich weiß, von denen, ja, die gefallen mir. Da haben alle die Ähnlichkeit, dass sie halt bei 50 Hertz ungefähr so den Peak haben. Und dann halt, ja, relativ linear runtergehen. Jetzt habe ich mal hier so zwei Kickdrums genommen aus irgendeinem Sample-Pack. Und wir schauen uns die mal an. So, und nach der Analyse von gerade sehen wir eigentlich schon direkt das Problem dieser Kickdrum. Die Kickdrum, ja, die ist hier so ein bisschen fällt die ein. Hier hat sie eine totale Anhebung bei 100, 120 Hertz. Das sind genau die Frequenzen, die eigentlich sehr dröhnig und nicht schön subkickig. Also kickig wäre ja, ist ja schon der Bereich. Aber das Ganze gipfelt hier nicht wirklich in den 50 Hertz. Man könnte jetzt hingehen und versuchen, diese Kick mit Filtern hier runterzuziehen, hier raufzuziehen. Kann man alles machen. Manchmal klappt das auch. Wir schauen uns mal noch eine andere Kickdrum an. Ja, auch hier, wir sehen, hier ziemlich eingefallen. Hier haben wir irgendwie eine Erhöhung. Dann hier, das ist irgendwie alles, ja, ich weiß nicht, also so richtig gibt es auch hier keinen Peak. Das wäre jetzt so ein klassischer Fall. Diese Kickdrums verwendet man und im Endeffekt genau dann hört man, ja gut, das groovt irgendwie noch nicht so ganz. Das ist nicht die Kick, die ich möchte. Und dann bin ich halt auf eine Idee gekommen. Und zwar, das sehen wir, schauen wir uns jetzt mal in einem anderen Projekt an. Und zwar hatte ich die Idee, dass wir die Kickdrum im Prinzip aufsplitten können. Weil vielleicht vom tonalen Charakter, also alles so ab 100, 200 Hertz, da hat mir diese gesampelte Kickdrum, also dieses Kickdrum Sample zwar schon ganz gut gefallen, aber wir haben ja in der Analyse gesehen, gerade im Bassbereich, da war das noch nicht so dieses, wie ich es haben wollte. Und dafür habe ich dann mir so ein Plugin gesucht. Und zwar, das ist das Subatomic, Subatomic Plugin, das ist Freeware. Das findet man auf dieser Seite von De La Mancha. Also wie gesagt, eine Freeware, kostenfrei runterladen, kann man direkt verwenden. Ich werde den Link auch hier in der Description posten. So, dieses Plugin soll jetzt für uns den Bassbereich erledigen. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe als erstes mal ein Layer reingeladen bei Fruity. Und der Layer soll jetzt immer beide Sachen anspielen, wenn er läuft. Also wir machen jetzt hier, soll jetzt der Layer jedes Mal schlagen. Und damit er das jetzt auch tut, also damit er die anderen quasi steuert, müssen wir den Layer erst anklicken, dann hier reindrücken und da nochmal mit Shift und dann Set Children. So, jetzt spielt der Layer, wenn er gespielt wird, diesen Synthi und hier dieses Sample. So, das ist jetzt das Plugin, was wir gerade hören. Das muss jetzt erst mal zwei Oktaven mindestens runtergepitcht werden. So, das kickt ja schon ganz gut. Da ziehen wir jetzt mein, dieses Sample halt von der Kickdrum rein. Wir hören, das klingt so wie eben. Das ziehe ich jetzt auf Kanal zwei und route das zurück auf Kanal eins. So, und bei zwei mache ich jetzt im Prinzip das, was wir eben halt gesehen haben. Obenrum ist es im Prinzip ja ok, aber unten wollen wir jetzt das andere, den Bassbereich erledigen lassen. Das heißt, hier bügeln wir es noch ein bisschen aus. So. Und lassen den Bassbereich von diesem Plugin machen. jetzt gucken wir uns das hier nochmal an. Und wir sehen, wir haben zwar hier noch irgendwie durch Interferenz einen Einbruch, aber wir sehen schon mal, okay, das hier sieht schon eher so aus, wie wir es haben wollen. Abgesehen davon klingt es auch schon so. So. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, mit diesem Plugin, ja, das Ganze so zu verändern, bis wir den erwünschten Sound halt haben. Da muss man halt, wie gesagt, mit dem Plugin, da muss man sich ein bisschen auseinandersetzen. Hier oben haben wir Decay, das ist wie lange die Kick drum im Prinzip läuft. Also wie lange die ausschwingt. Hier haben wir den Pitch Decay. Und hier unten sind so ein paar vorgegebene Shapes. Wie gesagt, da bringt es jetzt auch nicht so viel, wenn ich euch das jetzt genau alles sage, das ist einfach, da müsst ihr rumprobieren. Das klingt jetzt zum Beispiel nicht so gut. Mit dem Pitching müsst ihr auch immer rumprobieren. Aber, ja doch, jetzt haben wir hier noch eine Erhöhung. Klar, nachher müssen wir trotzdem mit dem Equalizer die Kick nochmal ein bisschen anpassen. Aber, das geht schon mal auf jeden Fall in den Bereich, wie ich es haben möchte. Und das ist im Prinzip das Geheimnis der ganzen Sache, dass wir die Kick drum halt splitten. Dass wir sagen, den Sub-Bereich, den wichtigen Kick- und Tief-Bass-Bereich, den erledigt jetzt dieses Synthi hier. Und den hörbaren Bereich, den nehmen wir dann doch immer noch von einem Sample. Das Ganze habe ich dann natürlich auch in diesem Template, was ich euch zur Verfügung stellen werde. Das ist dann die neue Version vorgebaut. Also das heißt, hier oben haben wir den Layer, der einmal das Sample steuert und einmal das Plugin. Und so könnt ihr dann, ja genau nach dem Verfahren, hier oben ist dann quasi die Schläge. Und dann steuert ihr einmal das Sample und einmal die Kick-Drum. Und dann halt die für euren Track passend daran Kick-Drums halt bauen. Ich sage direkt am Anfang, das ist ein bisschen Formelei und man braucht ein gutes Gehör dafür. Weil man kann sehr schnell auch irgendwelche kaputten Bass-Drums erzeugen, wie wir ja eben gesehen haben, wo die Frequenzen irgendwie einbrechen und so weiter und so fort. Aber wenn man sich einmal damit auseinandergesetzt hat, bin ich der Meinung, kann man bessere Bass-Drums produzieren, die einfach auch noch besser in den Track reinpassen. Weil wir können genau die Frequenz einstellen, wo das Ganze dann aufhören soll. Ob das eine 50 Hertz Kick-Drum sein soll und so weiter. Und ja, es lässt einem einfach viel, viel mehr Optionen bei der Kick-Drum. Und das Ergebnis ist einfach besser. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen und bis zum nächsten Mal.